Es ist unglaublich, dass ich das zweite Mal in meiner Karriere den Start des größten Radrenns der Welt in Großbritannien miterleben darf. Und dann noch die ersten Tage in Yorkshire, der Heimat meiner Mutter, das ist großartig. Aber die Tour de France dauert 21 Tage und geht nach Yorkshire erst richtig los. Wir haben eine unglaublich gute Mannschaft und ich denke, dass wir in den nächsten Wochen sehr erfolgreich sein können. Bei der Tour kann immer viel passieren. Es sind fast 200 Fahrer am Start und jeder will mal das gelbe Trikot tragen. Es ist eine große Ehre, wenn man das in seiner Karriere schafft. Der Rummel um mich ist groß, weil meine Mutter aus Harrogate, dem ersten Zielort, kommt. Daher werde ich mit meinem Team alles tun, um diese Etappe zu gewinnen und das gelbe Trikot zu holen. Die Unterstützung ist nicht nur in Yorkshire, sondern im gesamten Land großartig. Als ich vor ein paar Wochen hier ankam und den Kurs besichtigt habe, war ich begeistert. Diese Atmosphäre rund um die Strecke, sowas habe ich noch nie erlebt. Es war phänomenal, wie etwas, was ich nie gesehen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017